Ja, aber hier ist gerade eine schöne Eisenader, deswegen folgen direkt vor der Tür. Dann bauen wir nicht so weit. Ja, ist doch nicht verkehrt. Nö, nö, das dachte ich mir auch gerade. Auch wenn es jetzt nicht mit dem Kram so richtig was hilft, ne? Und die Ausdauer. Oh mein Gott. Ja, das ist die Sache, wenn man wieder anfängt, ne? Ja. Aber manchmal muss das ja sein, ne? Ja. So ist das halt. Hast du das Mikro im Mund, oder was hast du? Ich bin ein wenig frustriert, weil mein blödes Stream-Teil nicht funktioniert. Ja, das ist kacke. Das ist echt Panne. Warte mal, wie weit war das denn jetzt? Oh Mann, ich muss gar nicht drauf gucken. Ich bin schon siebenmal gestorben, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Tja, irgendwie bist du diesmal Spitzenreiter-Zober, ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich bin jetzt nicht unbedingt enttäuscht. Nee, nee. Ja, weißt du was? Ganz locker, ne? Ich bin immer ganz locker. Was hatten wir letztes Mal? 60? Ich weiß nicht, was. Nee, es war über 60 schon, ne? Ja, ich meine auch. Das war ja schon. Na? 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 Ich komme da nicht hin. Nee, aber so macht das auch Spaß. Na, natürlich. Man muss auch mal sterben zwischendurch. Ihr hört irgendwo dazu, oder? Ach, wie schön. Die Hausdauer. Wie habe ich denn zusammen jetzt? So. Doppelchen? Nee. Bauen wir mal alles ab. Ich mag das ja, dieses von vorne anfangen, ne? Da müssen wir durch. Ja. Verflugt ist recht immer noch nicht. Und falls du eine Helmlampe findest, ne? Nimm mit. Ja, schön mitbringen. Nicht vergessen. Nee. Noch haben wir ja Tagesabbau hier, ne? Oh. Ja, ja. Du kommst noch mit. So. Auch wenn es nicht... Warte mal, wo haben wir es jetzt hier? Ähm, da. Jetzt habe ich mal... Lange Arme. ... mit abkrieg gemacht. Mal sehen, ob ich jetzt... ... den Starten muss er mal gemacht. Sätze versuchen, dann kann ich hier mal... ... meinen Buckel rutschen. Sagen wir mal tun. Ja, ganz live, ganz fest, unnötig rot. Bussch. Sofort. Und Starten rot. Da müssen wir mal schauen. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Irgendwas haut da nicht ganz hin. Dann stehe ich wieder auf. Tschüss. Okay. Okay. Doch, das ist noch kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann hier nicht... Ich brauche auch ein ordentliches Werkzeug. So kann ich nicht arbeiten, Mann. Das sage ich auch mal zu meinem Chef jedes Mal. Das sage ich jeden Tag. Und der erfüllt dir den Wunsch dann? Nach neuem Werkzeug? Äh. Naja. Naja. Das geht doch auch, oder nicht? Naja. So. Oder zu Hause, da. Ja, genau. Wo stehen das zu Hause? So. Mach mal ein Loch rein. Ach nee, da vorne ein Anknüssen. Geht ja noch mal. Ich nehme auch noch mit. Wo ist unser Betonmischer? Mach mal ein. Ja, wenn geht. Müssen wir ein Eisen hinnehmen. Ah, Mensch, noch weit weg. Am ersten Tag und zweiten Tag, dann dritten Tag. Da wird es ein bisschen schwierig noch. Na. So, wollen wir uns Baukiste. Naja, Steine brauchen wir ja noch auch, ne? Ein bisschen. Ja. Was ist das? Bauplanpumpgang habe ich sogar gefunden. Nee, echt? Ja, ich weiß zwar nicht wo, aber naja, ich habe es gefunden. Papier. Ja, Bücher hatte ich noch reingepackt, ne? Also da müsste noch... Meine Ahnung. Wo denn? Ähm, neben dem Herd. Na gut, ein Mix von Kiste hier. Alter, hatte ich hier mal einen in den Bauch? Ah. Oh, hiervon machen wir gleich mal wieder Federn. Und Ruhu, falls das klappen sollte, ne? Bohrer wäre auch ganz cool. Was? Bohrer wäre auch ganz cool. Ja. Äh, wir haben kein Problem. Kein Problem. Ruhu kriegt das schon hin. Ja. Wo ist denn der Lagerfeuer hin? Haben wir da schon Wasser drin? Nee, wo haben wir denn Wasser drin? Im Kühlschrank. Sehr schön. Wo ist hingehört? Ja, eine Frage, ne? Ja, ehrlich. Kühl. Ach ja, so war. Ex war schon so eingerichtet. Wir haben schon zwei Schmieden jetzt. Nee. Ich hab gleich so einen hingeballert. Glaubst du dir? Das wird ja richtig gefährlich jetzt langsam. Langsam, ne? Mhm. Apropos gefährlich. Wenn ich noch zuerst irgendwo... Nee, Mist. Ich könnte auf Gras rumkauen, aber das bringt auch nichts. Ja, aber du... Ich bin ja kein Kernickel, oder? Das ist klar. Stimmt. Ich bin ja auch hier nicht mal. Was ich jetzt kann noch werden. Oder? Nee. Also ich bin in Sicherheit kein Veganer. Das kann ich dir garantieren. Ich hab... Tja, wie das kleine Kind, weißt du, das auf den Kindergarten kommt und sagt, ich hab einen, der ist krank. Der darf kein Ei essen und kein Fleisch. Der hat vegan. Aha. Arme Junge, ne? Ja. So. Was Reparatur-Kit war ein geschmiedetes Eisen und... Klebeband. Klebeband, ne? Ja, da müssen wir tonnenweise haben. Klebeband hab ich, glaub ich, gemacht. 34 Stück, glaub ich. Tonnenweise. 34. Ich hab aber eins auch ein bisschen Klebeband verbraucht, für die Schmiede. Naja. Ich brauch ja bloß eins erstmal. Ach so. Rezepte, Reparatur-Kit. Komm ich hab hier raus. Fertige. Ja, oh, ja wunderbar. Wo war die denn hier schon überall, die ist ja schon alles leergeräumt? Ja. Wieso, wo meinst du denn? Überall, egal, wo schon geht. Ja, wir machen ja auch, wir sterben ja nicht nur, ne? Aber ab und zu, ne? Ja, ab und zu machen wir auch mal was. Das war klar. Hätte ich nicht sagen sollen, ne? Doch, Behringer, ein Händler haben wir. Apropos, ich hab's gar nicht markiert, den Idioten, verdammt. Warte mal, ich teile den, ich hab den. Oh Mist. Jeder, so. Ich hab markiert. So. Ja, gute Idee, die haben wir schon finden, der Latsch, du mit sichern, noch 10 Mal vorbei drin. Mit Garantie. Wo ist unser Heim? Da, wo das Bettchen ist. Wo's Bettchen ist, genau. Leer. Dann war ich schon mal da, ne? Mhm. Muss man ja noch eine Wand machen. Genau, da waren wir schon. Hü, hü. Hü? Oh, ich hab mal was gefunden, was ich noch nicht geludet habe. Mein Gott. Echt nicht? Da war es ja in der Hütte, wo du drin warst, ne? Da hab ich auch ganz viel geludet, was du nicht gesehen hast. Das kann schon sein. Manchmal hört es auch mittendrin auf, weil ich rappelvoll bin, ne? Ja, dann geht's ja auch nicht anders, ne? Ich bin. Ach, so. Jetzt noch mehr sehen, Mensch, so. So, das ist jetzt fertig, jawoll. Kann man die Schaufel wieder reparieren? Ähm, für Chemie, für Chemiestation, das war doch, ähm, nach dem Messbengen. Ich brauche noch einen Augenblick. Messbengen, was? Chemie, äh, das dauert noch mal nicht. Aber ist ja auch in Gang mit, das? Nee, bitte? Da bist du auch in Gang mit. Nee, noch nicht, aber, ähm, dann brauche ich erstmal Punkte, ne? Die kommen ja nicht so... Oh, ja, die kommen ja nicht so... Oh, ja, die kommen ja nicht so... Nee, nee, stimmt, die fallen dann ja nicht so aus dem, ne? Handgelenk, so. Essen, haben wir noch ein bisschen? Genau. Lass mal das dann mal benutzen. Ähm. Ähm. Essen, genau. Ach, nee, geht nicht. Moment, ich lasse dich gleich ran. Jojo. Kein Stress. Äh, so. So, und, ich gehe noch mal Wasser holen und dann müssen wir noch mal auf Essenssuche noch mal gehen. Gute Will, ist ja sonst keiner. Äh, Wasser? Ja, mein Freund. Was haben wir denn? Die hört aber ich durch da hinten noch nicht, ne? Wo bist du denn jetzt? Also, wo? Ähm. Da hier war. Ich bin jetzt auch da hier, aber... Ach, da war's. So, ja, ja, so klar. Leber. Ob das im Endeffekt dann was bringt? Ja, nee, das ist ja so ziemlich die Richtung, ne? Oh, ungefähr, aber. Ja, ja. Man muss ja wenigstens stimmen. Ja, das stimmt. Apropos. Erstmal was. So. Ja, man kriegt ja mal was essen. Leererweise, hier ist bestimmt einer drin gewesen, ne? Klar, wird es leer. Hier ist ein Blumenpott. Ach, da war ich ja eben schon. Blumenpott. Jetzt laufe ich hier ringsrum. Sekunde. Ah, gut. Die Hütte ist auch leer. Die Hütte, also, überall sind die Türen offen. Oh, nein. Hier wohnt doch jemand. Och, du Schande. Warte mal, wo ist denn das? Äh, warte mal, so. Ich muss mal kurz umbauen. Ah, mit nur los. Verändern. Wupp. Wasserfluss wollte ich doch. Ja, komm mal raus hier. Ja, da. Verändern. Fertig. So, wo ist es jetzt? Da lang. Irgendwas war doch. Siehst du. Hier warte auch drin. So. So. Papier? Nehmen wir mit. Ach Mist, das kann man vielleicht auch mitgenommen. Kann man vielleicht noch nicht mitnehmen, ne? War das nicht so? Genau. So. Oh, cool. Was ist das hier? Warte mal. Selbstgefahr-Maschiengewehr. Oh, Gottes Willen. Rezepte Kartoffelsaat. Aha. Willst du haben, ne? Ja. Bitte. Hätte mir fast gedacht. Aua. Aber du sollst dich deswegen nicht verprügeln lassen. Nee, nee. Klappt dir eh nicht. Warte mal, ich wollte ja jetzt mal gucken. Oh, ich habe mich blind gefunden. Endlich. Den habe ich schon ewig nicht mehr gebraucht. Was? Blind. Ja, irgendwann ist immer wieder das erste Mal, ne? Naja, gut, aber. Jetzt schnapp doch mal hier, du. Muss nicht sein, aber na ja, ne? Na, siehst du, geht's raus. Ach, schön. Ach, da war ich schon. Pass mal auf. Hat er keinen Keller hier, die Hüte? Nee. So, Freunde, ich bin von Finanzamt, ich muss mal hier kurz fänden. Haben wir den Wertssachen irgendwo? Nein, der bestimmt nicht. Oder war er mal. Da haben wir noch gar nicht gerade. ganze Abend ins Ausland geschafft. Das ist doch neue Modi. So, sind hier wilde Schweinchen? Jo, wilde Schweinchen hätte ich das Ding hier. Die wilde Schweinchen. Die wilde Schweinchen. Die wilde Schweinchen. Ja, ich bin gerade dabei, Mais zu klauen. Was habe ich denn an? Habe ich auch gerade gefunden, drei Stück oder so. Alteisenstiefel habe ich im Angebot, dreier. Aha. Wenn es Schlumpine nicht möchte, nehme ich sie. Ja, dann nimm du es auch hoch. Tauch sie gegen Rezepte. Essensrezepte. Aha. Die habe ich auch noch, wie gesagt, die Kartoffel-Geschichte, ne? So, hier, mehr ist hier nicht. Hütte es leer. Autsch. Autsch. Komm, ich teste mal, was fehlt bei der Tür. Kommt hier nicht weiter, war blöde. Scheiß Tischbekommen. Habe ich da schon ran können? Ich glaube nicht. So, ist es nicht drin? Ne, noch nicht. Noch zu früh. Noch ohne Schmerz, nicht? Werden wir nicht sterben. Irgendwann kriege ich raus, wie ihr das nicht auch so lange Ehren macht. Irgendwann. Dann mache ich das auch. So. Da waren wir. Wir waren bei hoch. Setz dich mal hin, Hühnchen. Ich komme. Da ist noch ein Auto da, man erhebt. Ich muss mal hinkommen. Da was drin ist? Ne. Guck mal. Leer. Aber? Oh, ich habe sogar gerade das Bezirpe. Die Bezirpe kann ich sehr so von Ihnen. Okay. Mhm. Das heißt, wir können, wenn die Chemie da ist, dann auch das Bezirpe machen. Aber da brauchen wir Fahrzeuge, ne? Um das zu verbrauchen. Mhm. Ähm. Äh. Wird gesunken, dass wir nicht, na. Ich wollte auch noch Bauplan für die für Hilfe. oder sowas baubland klingen falle ich auch mit so und blumms ja ich bin blumms, dann mach ich die ohne so so minus aber ich sag mal probleme mit trinken haben wir nicht das heute klappen so hätte ich vielleicht mal vorher mal leveln sollen nein ich meine jetzt wo ich die meist abbaue vielleicht das wieder erstmal leveln weiste damit ich wenigsten ein bisschen mehr rauskrieg wenn man keinen punkte drin hat ja auch nicht land leben die ernte da geht das geht doch schon von jedem wenigstens erst mal zwei so leicht überladen ganz dezent ja noch viel schlimmer sich infiziert aber gott sei dank so eine verwinkelte hütte sammars bist du hast dich da soll trinken helfen habe ich mal gehört meinst du hast du es ist ja wert also es fängt aber langsam an zu werden was ich bücher finden die schon kenne das kann ich aber bücher haben die ich nicht kennen gibt es hier was feines heißen stiefelchen nehmen wir auch mit oder die wollen wir auch mit haben schrumpfchen teile immer gerne die dame gleich mit da nicht wirst du voll die fette badewanne hier so noch auch aber erst mal die zombies hier kehren kommen wir nicht mal noch heidelbeeren auch mit lass das aber ich habe schon 123 bücher die ich kenne also über doppelt ne genau das ist wiederum da hine das eine ist nade und fahren das andere ist nade und faden und wo ein leben gibt ganz schön runter zwar war ja ich habe das gefühl das geht schlecht gerade nicht so gut jetzt geht es jetzt los was schraube hier bei mir so aus wiederum ist dahin gut so die heise werden wir auch da waren wir doch schon drinnen gerade doch noch ein wir brauchen ja es was zu erfordern nicht das lohnt nicht deinem kleinen garage rein die balea also alles was ich jetzt an rezepte koch rezeptmäßig und bücher allgemein gefunden habe mache ich ihnen das jetzt schon einige dinge das klingt nach dem plan klingt das ja das war jetzt auch nicht wenige so wie gesagt neben her ach nicht was nicht oben was nicht blast ich bin schon wieder ein kühlt ein jahr hat er das muss damit rein so ja gibt's nix dass das aber hier hinten so war denn was dabei das ist aber nicht viel witz das braucht überhaupt nicht am anfang ja gut aber ich meine dafür schießt was munition und schaffst du wenigstens da machst ja für gar nichts sozusagen hier war der händler stellen die ja schon habe ich schon überredet wieder sehen ach hier sind kartoffelchen ich muss noch mal zurückkommen auch hier mein honig ach gottchen die folge ist schon wieder durch dann sage ich nochmal vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ich bin ja gewesen jetzt hier